Hier seht ihr das Privileg von König Eduard VI. aus dem Jahr 1547. Das Original des Dokuments liegt im Archiv der Hansestadt Lübeck und wir zeigen hier im Museum in der Dauerausstellung ein Faximile, also eine Nachbildung dessen. Das Dokument beginnt in der ersten Zeile mit der sogenannten Intitulatio, der Nennung des Herrschers und des Titels. Die ist total aufwendig gestaltet mit ganz vielen Fabelwesen und vielen Golddetails, was dafür spricht, dass das keine Quelle war, die nur im Archiv liegen sollte, sondern dass diese durchaus eine Ausfertigung zur öffentlichen Ausstellung ist. Man sieht in diesem aufwendigen gestalteten E in der Initiale, wie der Herrscher dem hansischen Kaufmann dieses Privileg überreicht. Und tatsächlich wurde dieses Dokument vermutlich direkt nach der Thronbesteigung König Eduard VI. im Jahr 1547 an die Hansekaufleute gegeben. Das Dokument ist deswegen so umfangreich, es sind insgesamt fünf Pergamentblätter, weil sich hier die Hansekaufleute ihre Privilegien seit Beginn des Handels mit England noch mal bestätigen lassen. Das heißt, alle Handelsvorrechte wurden hier noch mal im Wortlaut abgeschrieben und das ist deswegen ein sehr bedeutungsvolles Dokument für die hansischen Kaufleute. Damit wurden den hansischen Kaufleuten die Handelsvorrechte, günstige Handelsbedingungen und auch niedrige Zölle bestätigt. Leider hielten die Handelsvorteile nach diesem Dokument nicht mehr lange an, denn 1552, 1553, also keine sechs Jahre später, wurden die meisten der Vorteile den hansischen Kaufleuten aberkannt. Bis zur Schließung des hansischen Kontors, also der Handelsniederlassung in England, dem sogenannten Stahlhof, blieb das Dokument noch dort, also wurde dort öffentlich auch gezeigt vermutlich. Das war im Jahr 1598. Danach kehrte das Dokument nach Lübeck zurück, wo es aufbewahrt wurde und im Zweiten Weltkrieg ausgelagert. Nach einem kurzen Aufenthalt in der Sowjetunion kehrte es 1990 zurück ins Lübecker Stadtarchiv, wo es bis heute liegt. Und es ist total beeindruckend, dass einfach ein so aufwendig ausgearbeitetes Dokument eine so weite Reise hinter sich hat und heute noch so gut erhalten ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017